Ja, er sammelt sich noch, kontrolliert die Windverhältnisse, und hier ist er unterwegs. Absprung nicht ganz optimal. Absprung nicht ganz optimal. Und jetzt kommt natürlich auch die Windverhältnisse. Tollige, liebe Skispontane, was aber schafft er im Zweifel. Ja, er sammelt sich noch, meine Damen und Herren, und hier ist er unterwegs. Und weggekommen. Nicht ganz optimal. Und jetzt kommt natürlich auch die Windverhältnisse. Liebe Skispontane, wir freuen uns, großartig. Aber da wäre bei ihm noch einiges wert. 5,5,6,6,6,6,6.